Herzlich willkommen bei der Spitex Region Bern Nord, Ihrer Spitex mit Hand und Herz, mit Leistungsauftrag des Kantons Bern für die Gemeinden Brehmgarten, Kirchlindach, Maikirch, Wohlen und Zollikofen. Wir sind eine modern organisierte Gesundheitsinstitution. Mit unseren rund 130 bestens ausgebildeten und erfahrenen Mitarbeitenden sind wir ein wichtiger Arbeitgeber und Lehrbetrieb in der Region. Bei uns erhalten Sie ein breites und professionelles Spektrum an medizinischen und pflegerischen Dienstleistungen, damit Sie gut betreut und sicher zu Hause bleiben können. Wir ermöglichen Menschen jeden Alters, trotz Krankheit, Unfall, Behinderung oder Gebrechlichkeit in der eigenen Wohnung leben zu können. Gerne helfen wir auch bei der Erledigung Ihres Haushalts. Spitex Region Bern Nord – schnell, unbürokratisch und kompetent. Ihre Spitex für Hilfe und Pflege zu Hause, mit Hand und Herz.